Der Friedenskönig Der Friedenskönig, von ihm berichtet der Prophet Zacharia. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundeswillen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Wem das wundervolle Weihnachtslied Tochter Zion, freue dich, in den Sinn gekommen ist, nehme sich ruhig Zeit, die jubelnde Melodie klingen zu lassen. Wem das wundervolle Weihnachtslied Tochter Zion, freue dich, in den Sinn gekommen ist, nehme sich ruhig Zeit, die jubelnde Melodie klingen zu lassen. Wem der Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem vor Augen steht, lasse die schwingenden Palmzweige die jauchzende Menge an sich vorüberziehen. Der erste Vers der heutigen Lesung ist voller Anklänge, wie eine Glocke, die ihren Klang nicht nur von einem Ton erhält, sondern aus der Fülle von Unter- und Obertönen bekommt, die auch noch mitschwingen. Nichts ist so stark wie das Bild des gerechten und helfenden Königs, der in seine Stadt einzieht. Aber dieser ist anders als andere Könige. Er ist arm und reitet auf einem Esel. Ein Esel taugt nicht für die schnelle, furchtweckende Reitertruppe, die in einer Schlacht den Sieg über den Feind erringt. Dieser König, dieser Befehlshaber, gebietet Frieden. Sein Beispiel setzt die Gewalt der Waffen außer Kraft. Sein Frieden hat Bestand, ohne die Pracht, die blanke Waffen auch haben können. Freilich, wir wissen, wie zerbrechlich Frieden sein kann. Die Hoffnung auf haltbaren Frieden ist an keinem Ort so stark wie in der Stadt Jerusalem, in der Frieden angesagt und geboten wird und in keiner anderen Stadt häufiger enttäuscht worden ist. Zu den Unter- und Obertönen des vollen Klangs von Frieden gehört, dass er nach aller Erfahrung kein dauerhafter Zustand ist. Vielmehr wird Frieden ständig und immer wieder gebrochen. Wenn Frieden geboten wird, dann ist er nicht anders zu haben als eine Aufgabe, die ständig neu gelöst werden muss. Ob damit nicht auch heute wieder in aller Armseligkeit und saghafter Zuversicht anzufangen wäre? Der König zieht auf einen Esel ein, ohne Pracht. Andere sind ihm entgegengegangen. Gehen wir mit. Gehen wir mit.